Hallihallo, Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Drinks Prophet am Donnerstag, kurz vorm Wochenende. Ne wo, so wie es sein muss. So, wir sind in der letzten Folge eine Stufe aufgestiegen und wir machen natürlich uns bereit, um hier die eine Stufe auch einzutragen. Dass wir hier auch ein bisschen was haben. So, ich wollte nämlich unter anderem in unserem obermega vollen krassen Rucksack gucken, ob wir irgendwas haben, was wir anlegen können, damit wir zumindestens von der Ausrüstung her schon mal ein bisschen verbessert sind. Und bis jetzt sehe ich davon noch nicht viel. 284, die Schuhe können wir anlegen, das ist schon mal sehr gut. Schwere Rüstung, Gerüstung, 444, jo, nehmen wir auch. Holzschild. Ey, ich weiß nicht, ich könnte ein Schild tragen, ich habe aber, da ich einen Bogen habe, kann ich keine Schilder tragen. Ist doch... Braucht kein Mensch die Scheiße. Schwere Rüstung, Seelen gebunden Rüstung 439. Ja, haben wir schon was Besseres dran. Ich bin auch der Meinung, dass ich noch in der Bank noch ein paar Sachen habe. Oh, hier gibt es nur einen Bogen, super, den kann ich noch nicht verwenden. Bewohner, Langbogen, Rauchknochenbogen. Ja... Könnte man aber trotzdem mal ausprobieren. Umhang 54 ist aber genauso scheiße. Und ich glaube, den Rest kann ich auch nicht mehr nachgucken. Ich glaube, bei dem Rest wird es nicht viel besser. So, wir haben jetzt hier noch ein bisschen was zum Verteilen. Fokus haben wir mega viel. Dann hauen wir das Ganze mal auf die Wildheit und ein bisschen auf die Intelligenz. Und dass wir da nicht zu dämlich sterben. Und habe ich jetzt hier... Ja, ich habe die richtige Taste. Und natürlich meinen Charakterbogen. Den ich hier durch die Gegend schieben kann. So, ich möchte nämlich das da rein machen. Platziert hier Beschwörungskugel. Je hochwertiger und seltener die Kugel ist, desto höher ist die Chance auf Erfolg. Gut. Mach mal hier noch auf. Haben wir eine Beschwörungskugel noch in Toss? Ich weiß auch nicht, wo die liegen. Die müssten denn hier irgendwo liegen. Und so wie ich mich kenne, habe ich jetzt alle Beschwörungskugeln... Attributsteine für Fokus. Au, boy. Komm, ich kapiere. Attributsteine reingelegt für Fokus, alter, ey. Ja? Aber ich habe jetzt full reingelegt, ey. Weil irgendwie habe ich gerade keinen anderen gesehen. Was ist das denn hier? Fortgeschrittene Beschwörungskugel erhöht. Die Erfolgsrate bei Ausrüstungsverbesserung. Diese Rate wird von dem Level der... Ah, ah. Warte mal. Nehmen wir das hier weg. Und hauen den da rein. Ist doch viel geiler. Anzahl der Verbesserung 5. Wie? Ich kann nicht mehr. Ach so. Ach so. Ah, geil. Und dann machen wir das hier. Und dann geht er ab hier. Machen wir 1.979 Scharen. Alter. Was geht denn, Alter? Was geht denn? Wir hauen jetzt hier nochmal 20 drauf. Auf, wenn es eigentlich, glaube ich, keinen Sinn macht. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Nein. Er hat es nicht mehr geschafft. So ein scheißer Bauch. So, dann hauen wir halt die magische hier, die... Die Verbesserung... Die Haltbarkeit erhöhen wir jetzt mal eine Runde. Wenn die fehlschlägt, passiert eigentlich nicht viel. Bei den anderen Sachen, wenn die Verbesserung fehlschlägt, was ja kein Problem ist, dann sinkt die Haltbarkeit. Und das ist halt kacke. Wenn die Haltbarkeit sinkt, ist halt mega scheiße, ne? So, jetzt hauen wir hier noch ein bisschen Energie rauf. Und noch ein paar... Ähm... Die Haltbarkeit. Wir sehen eigentlich allgemein unsere Haltbarkeit aus. Oha. 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 Gut. Ist auch egal. So. Wir sehen... Wie ihr seht, wir haben jetzt hier die Haltbarkeit aufgebessert. Wir können natürlich jetzt auch noch hier unseren Attributstein reinschmeißen. Äh... Ja, hauen. Ich hab, glaub ich, davon noch ewig viele. Und beide sind also die fehlgeschlagen. Die hätte ich natürlich am Anfang reinschmeißen müssen, aber ist ja egal. So, wir haben natürlich jetzt einen verbesserten Bogen, der macht ein bisschen mehr Schaden. Physischen Schaden von 1040 bis 1271. Boah! Ja? Also, so geht das. Äh... So muss man sich das, ähm... Hinbiegen. Irgendwie. Und der ist damit auch ein wenig stärker als der, den wir jetzt haben. So. Das kann da hin. Ja, das ist mir egal. So. Wir müssen... Wie lange haben wir jetzt hier? Aber wir haben schon wieder so viel Zeit verplimpert. Der ist ja unfassbar. Ah... Das ist unfassbar. So. Wir fliechen jetzt hier eine Runde weiter. Ähm... Für alle, die jetzt ein bisschen Level niedriger sind und so weiter und davon eigentlich noch nicht so viel Ahnung haben. Ich hab auch nicht so viel Ahnung. Wenn ich mal ehrlich bin. Ist aber auch scheißegal. Äh... Man kommt da relativ schnell rein. Äh... Wenn ihr so eine lange Wege habt, lauft sie und kämpft. Umso schneller steigt ihr die Level. Ich mein, bei mir geht's noch. Das hält sich so in den Grenzen, weil ich, äh... Die ganzen Quests mache. Aber wenn ihr natürlich die ganzen, ähm... Viecher unterwegs noch zu den einzelnen Punkten erledigt, steigt ihr halt noch schneller. Und eure XP-Kugeln füllen sich dadurch halt schneller. Und dadurch kriegt ihr auch noch, ähm... Viele, 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 viele XP's, die mir wahrscheinlich auch alle fehlen. Weil ich, äh... Ja, die meisten überfliege einfach, weil es die Möglichkeit gibt. Wenn man dadurch schneller von Dorf zu Dorf kommt. Mich interessieren hier eigentlich immer nur die ganzen Quests. Die ich, äh... Mir angeboten werden. Wasser... 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 Ich würde einfach nur mal was gesagt haben, so. ID-Marke, aha. Sechs ID-Marken soll ich beschaffen. Na klar. Beschaffe ich. So. Fehlt mir jetzt hier noch irgend... Alter. Wie das hier aussieht gerade. Rot, 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 rot. Gelbe Punkte, gelbe Punkte, gelbe Punkte. Es sieht schon ein bisschen heftig aus, wenn man sich das so reinzieht. Ich überlege gerade, ob hier noch irgendwie was ist. Was man... Wo man vielleicht mal vorbeischauen sollte, könnte. Wo ich glaub nicht war. So, hier ein Zelt ist auch nichts. Hier hinten war noch ein Waffenhändler. Wer ich den richtig gesehen habe. Wo ist denn hier ein Waffenhändler? Arben Eisenmann. Vorschlaghammer Dave. Vor allem, die Namen sind geil. Vorschlaghammer Dave. Yeah. Das... Ja. Na? Bublu? Bublu. Bublu, du alte Sau. Koch mir mal ein bisschen, warte. Ich hab Hunger. Äh... Oder stehen die hier draußen vorm Gitter, oder was? Nee. Kann ja auch nicht sein. Also, Waffenhändler hab ich jetzt da nicht so... Mitbekommen. Na, die Kakteen sind wieder da. Yeah. Ja, schwer sind sie nicht, aber sind jetzt auch nicht... So geil. Achso, der ist... Achso. Marvin Eisenarm ist der Laden. Achso. Normal steht denn da irgendwie, ähm... Waffenhändler oder sowas, aber... Das stand jetzt mal nicht da. Ja, da sind wir schon besser. Blaustrahl Schussklinge. Ja, Schussklinge haben wir noch gar nichts, außer... Ähm... Ausgebaut. Ich weiß doch gar nicht, wie die funktionieren. Ich hab jetzt mir mal... Ja, mein Ruhl ist voll, ist klar. Ich hab mir jetzt hier mal eine Schussklinge gekauft. Wenn ich sie jetzt finde. Da. Da ist die Schussklinge. Die könnte man natürlich mal anlegen und gucken, was die uns, äh... bringt. Aber erstmal machen wir unseren... Rucksack hier leer. Oh, jetzt hab ich, äh... Heilungstränke verkauft. Ja, kann ich nicht verkaufen. Nein! Den Bogen wollte ich doch gar nicht verkaufen. Verdammt. Verkaufen. Äh, hier. Das war schon mal, wenn er so dämlich hier rumklickt. Äh, unbekannte Quest, die haben wir nicht. Achso, kann ich verkaufen. Ähm... Nein, die können wir natürlich nicht. Die können wir aber wegschmeißen. Ja, die... Lass die doch drinnen. Dann... Achso, ja. Schon wieder aufmache. So. Und... Sortieren. Dann sind die nämlich alle auf der ersten Seite. Und ich muss hier nur meine Heiltränke, ähm... nach vorne lagern. Und dann passt das auch. So. Wir können jetzt mal die Schussklinge ausprobieren. Ich weiß nicht, was das ist. Ich hab die... Ohne Scheiß. Ich bin Level 55. Mittlerweile. Und ich hab noch nicht einmal die Schussklinge... Äh, die Schussklinge ausprobiert. Nicht berechtigt. Es wird ein Bogen benötigt. Äh, ich dachte, ich hab Schussklinge. Äh, ich hab die Schussklinge auch ausprobiert. Achso, kann sein, dass ich die ja... Ja, kann... Ja, Meisterschaftspunkte vielleicht oder so. So. Hauen wir hier mal noch ein paar Platz. Da ist er platt. Da ist er doch platt. Die platte Sau. Da ist er auch platt. Die machen sich ja alle platt. Was war das denn? Da geht er platt. Da geht er down. Da geht er down. So ein Scheiß. Da ist er auch noch. Bats-ba-da-da-da-m-bam. Also der macht gut Schaden, der Bogen. Muss ich gerade mal sagen. Haben wir schon gut gemacht. Oh, da ist noch ein Kaktus. Den Kaktus, den nehmen wir doch gut. Ein guter Ort zum... Was? Ein Kaktus brauche ich noch da hinten. Den holen wir uns jetzt mindestens noch in dieser Folge, wenigstens. Na komm. Haben wir... Wir gehen jetzt auch noch nicht in die Burg rein. Weil das macht nicht wirklich viel Sinn. Weil die Folge ist nämlich auch fast zu Ende. Wenn wir jetzt in die Burg reingehen, müssen wir sowieso in der nächsten Folge neu anfangen. Und dann machen wir hier lieber noch ein paar Dinger platt. In der Hoffnung, dass wir davon welche brauchen. Und wir brauchen davon gerade keine Krabbenbrocken und Krabbenfleisch und vergrabene Detektoren und Wüstenwolfspinne brauchen wir noch. Und reines, erfrischendes Wasser. Ja, und Hinweise auf Weda Azari. Ja, ich glaube, das kriegen wir da drinnen. Die nahegelegende Sandhaufen scheint ein guter Ort, um ein Detektor vergraben zu sein. Ein nahegelegender Sandhaufen. Achso. Das ist aber eine Wüstenwolfspinne hier. Ich bin mal hier. Ich hab dir die... What the fuck? Ach, scheiß! Ich glaube, ich hab einen Fehler gemacht, wa? Ich hatte doch hier irgendwelche fünf Detektoren drinnen, die ich weggeschmissen hab. Ich glaube, die hab ich weggeschmissen. Und dementsprechend können wir die jetzt natürlich auch nicht platzieren. Das heißt aber, theoretischerweise, dürfte die Quest gar nicht mehr bei mir drinnen sein. Dementsprechend dürfte ich die Quest wieder erneut in der Stadt kriegen. Ah, das ist aber nur theoretisch. Und so wie ich das sehe, ist das nicht so der Fall. Danke. So. Vollrails hier. Und irgendwo war noch einer. Ich hab hier nicht hinten da. Hallo. So. Jetzt hab ich natürlich die Detektoren weggeschmissen. Das ist, äh, unklug gewesen. Ich weiß aber auch nicht, wo ich die her hatte. Dass man jetzt zurückgehen könnte und sagen könnte, okay, ich hol mir... Boah, Alter, wollt ihr mich? Himmelsritter und... Ja, okay. Das sind die, die keinen interessieren. Tatsächlich. Sandhaufen, 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 Sandhaufen. Jetzt muss ich mal selber nachgucken im Questbuch. Kacktein, neue Ration, andere... Detektor-Arbeit. Vergrammte Detektoren. Ähm. Weil ich die Detektoren leider dämlicherweise weggeschmissen hab, aber die Quest nicht beendet wurde. Da. Jetzt hab ich sie ja abgeschmissen. Also aufgegeben. Und jetzt müsste ich eigentlich die Detektoren wieder haben. Da. Hey, Detektor. Verwandte Quest, unbekannte Quest. Die Quest ist... Deswegen war ich vorhin, hab ich die weggeschmissen hab. Wo ich die doch hab? Das ist die hier. Da. Naja. Egal. Wir machen an dieser Stelle auch die Folgenpause, beziehungsweise folgenden Feierabend. Wir sehen uns dann Montag wieder. Und, ähm, zwischendurch noch bei Darksiders. Da kommt auch noch eine Folge. Und, äh, ja. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt, äh, gebt ein Däumchen, kommentiert, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Ja, das war's. Dann wünsche ich euch ein wundervolles Wochenende. Bis dann, euer Schröti. Ciao. Bis dann, euer Schröti.